Aquarium Wurzel, Echtholz, Redwood Hartholz, Aquarium Deko, Aquascaping 13, sinkt im Aquarium schneller ab als Moorkien oder Mangrovenhölzer. Unsere filigran verzweigten Redwood Hartholzer sind der absolute Highlight im Bereich der Aquariengestaltung. Wohl kaum ein anderes Naturholz fügt sich so harmonisch in das natürliche Geschehen eines Aquariums ein, wie dieses echte Wurzelholz, Preis etwa 13,90 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017